DSA ist ja ein komplexes System und wenn ihr damit einsteigen wollt, dann klären wir heute, wie ihr das am besten machen könnt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei HitDice. An meiner Seite ist heute der liebe Koali und der wird uns heute, denke ich, die meisten Fragen zu genau dieser Frage beantworten, nämlich zu DSA. Und da ist die erste Frage, mit welcher Situation, äh mit welcher Edition, nicht Situation, sollte ich denn am besten starten? Es gibt ja derzeit fünf Editionen. Ähm, was wäre da der Way to go? Oder sagst du, das ist völlig egal? Der einfachste Weg zu starten ist natürlich mit der fünften Edition. Da gibt es wahrscheinlich am einfachsten Produkte für. Erste Edition geht auch noch, weil die relaunched geworden ist von Ulysses. Alle anderen Produkte kriegt man nur secondhand und da wird es ein bisschen schwierig. Ja, ich denke auch, dass das, dass die neueste Version da die beste ist. Da es dann ja am meisten Internet-Stuff inzwischen dafür gibt. Also es wird sich am meisten in den Fuhren ausgetauscht, etc., etc. Und umso länger das dann läuft und umso aktueller sammelt sich da natürlich sehr schnell sehr viel Hilfe auch an. Und das ist ja am Anfang wichtig. Bei DSA sind natürlich auch die Regeln ein großes Kriterium. Muss ich die Regeln können? Sagst du Schnellstarter zum Anfang? Oder soll ich mir irgendwelche Regeln durchlesen? Es gibt ja bei DSA unendlich viel Regelwerk. Oder ist das gar nicht so viel? Ja, man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein. Die DSA-Community, so mein Eindruck hat so die Tendenz, wenn es Regeln gibt, dann will ich die auch benutzen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Regeln, aber sehr, sehr viele optionale Regeln eben auch, die man eigentlich nicht benutzen muss. Und das Grundgerüst der Regeln ist eigentlich relativ überschaubar. Und es gibt auch eine sehr schöne Regel-Wiki im Internet, in der man sehr schnell auch über die Suche ganz viele Regeltexte sofort finden kann. Und die sind halt alle umsonst noch einsehbar. Ah, okay. Guck mal. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es so handhabbar tatsächlich bei DSA da ist. Das ist natürlich eine große Unterstützung. Ich kenne das halt auch so, dass es viele in der DSA-Community gibt, die Abweichungen nicht so optimal finden, um es vorsichtig auszudrücken. Aber ich denke, Abweichungen gehören in unserem Hobby so ein bisschen zum Thema. Und ich denke, du bist ja auch ein großer Vorreiter dessen. Ich kenne, glaube ich, sonst nicht so viele, die sich das offen trauen. Aventurien, so heißt nämlich der Kontinent, falls du es nicht wisst. Oder Welt, ist, glaube ich, ein Kontinent, oder? Kontinent, die Welt heißt Leere. Ah, okay, siehst du. Da steigen die, werde ich schon wieder von der DSA-Community, die gerade hier total gesteinigt. Ja, die Aventurien bespielen mit anderen Regeln. Und wenn ihr nur in die Welt reinschauen wollt, ist es, glaube ich, auch machbar, oder? Ja, ist auf jeden Fall machbar. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal von DSA und ist es natürlich, dass der Hintergrund und die Welt sehr, sehr detailliert beschrieben ist. Das hat sich so seit den Entstehungsjahren von DSA, irgendwann in den 80ern, sehr, sehr, also homogen, will ich jetzt noch nicht mal sagen, aber sehr stringent entwickelt. Und es gibt auch immer einen Metaplot und es gibt halt ganz, ganz viel Zeug, was geschrieben wurde in Romanen. Und also wenn man da wirklich alles wissen will, dann ist man sehr, sehr lange beschäftigt. Und so Leute wie ich, die in der Mitte, Ende der 80er angefangen haben, die sind so groß geworden mit der Welt und haben das so alles spielerisch miterlebt. Und für die ist das relativ einfach, da durchzusteigen, weil sie es halt ganz homogen mitgenommen haben während dem Spiel. Leute, die jetzt komplett neu da reinkommen, die können sich, könnten sich natürlich auch total überrumpelt und überfordert fühlen von der Masse an detaillierten Beschreibungen, die es da gibt. Aber da kann ich immer nur eine Werbung machen dafür einfach. Es gibt genug Fleckchen, die man sich selber ausdenken kann oder wo man einfach irgendwas verändern kann. Damit müsst ihr einfach ein bisschen mit eurer Gruppe ins Gespräch gehen. Was wisst, gewollt, was möchtet ihr überhaupt machen? Und gerade die Einsteigersets von DSA, das Einsteigerset vielleicht hier in das Geheimnis des Drachenritters, das hat auch so eine kleine regionale Beschreibung, was so einen ganz kleinen Teil von Aventurien beschreibt. Sodass man da erstmal anfangen kann, da zu spielen und sich dann so nach und nach so die einzelnen Regionen vielleicht erarbeitet, wenn es dann von Interesse ist, der Gruppe, dass man da mal spielt. Da gibt es Regionalspielhilfen zu den verschiedenen Abschnitten, zu den verschiedenen Ländern und wie die in Beziehung stehen und so. Und da gibt es sehr, sehr viel. Da hat Ulysses jetzt auch in der letzten Zeit ein bisschen auch seine Veröffentlichungsstrategie ein bisschen umgestellt. Diese Regionalspielhilfen, die waren immer in einem Buch bisher und da war alles zusammengefasst, so Spezialregeln für das jeweilige Volk oder so oder für die jeweilige Religion oder Region und zusammen mit dem Fluff. Und dann gab es noch irgendwie Regionalabenteuer, die halt für die bestimmte Region gemacht wurden, die dann ein bisschen die Region vorstellen und wo man sich ein bisschen reinfühlen kann. Mittlerweile haben sie die Galle getrennt und es gibt irgendwie drei verschiedene Bücher. Es gibt jetzt einen reinen Fluff-Band. Wenn ich nur was wissen möchte über die Region und überhaupt keine Regeln haben möchte, dann schaue ich mir nur den Fluff-Band an und habe dann halt nur das, was jetzt gerade da passiert in dieser Region. Dann habe ich noch ein Band mit Regeln, für die, die das haben möchten und ein Band mit so Mysterien für Spielleiter. Also so ein bisschen was, wo könnte ich Plot-Hooks haben, was ist spannend und wo gibt es Geheimnisse in der Region. Und in diesem Band ist dann auch immer noch so ein Einsteigeabenteuer mit drin, das halt ihm diese Region ein bisschen weiter vorstellt. Also man könnte auch mit so einem Band halt anfangen, sich die drei Bücher holen und halt das Grundregelwerk ist, denke ich, obligatorisch. Und dann halt irgendwie schauen, dass ich mir das drauf packe und dann bleibe ich halt in dieser Region und spiele da erstmal. Und ja, genau. Und dann habe ich da Spaß hoffentlich. Ich würde auch sagen, dass möglichst, möglichst lokal halten, umso klein ihr das haltet und umso klein ihr anfangt, desto mehr habt ihr natürlich nachher auch zu entdecken, aber desto mehr, weniger müsst ihr euch auch am Anfang zu dieser Welt durchlesen. Denn wenn ihr euch für diese A entscheidet, fasziniert euch wahrscheinlich Aventurien, was ihr wahrscheinlich von Hörensagen kennt, wie krass ausgearbeitet das ist und wo alle irgendwie gleiche Sachen zum Teil entdecken können oder erleben können, weil diese Welt so detailliert ist, aber man doch irgendwie sein eigenes Suppchen kocht. Und da fangt ihr möglichst, meiner Meinung nach auch, möglichst lokal an, möglichst klein und dann ist ja sehr viel Luft noch nach oben. Und du hast jetzt ja schon angesprochen, drei verschiedene Bände. Welche Produkte bräuchte ich denn, wenn ich diese anfangen möchte oder welche würdest du mir ans Herz legen? Wie viel Geld müsste ich so für einen Start in die Hand nehmen? Also ich würde wirklich mit dem Geheimnis des Drachenritters anfangen, der Einsteigerbox. Die kostet so 40 Euro ungefähr im Webshop bei Ulysses. Da sind dann halt die Schnellstarterregeln drin, da ist die Beschreibung dieser Region, wo es spielt. Da ist ein Abenteuer drin, da sind vorgefertigte Helden drin. Also da können wir dann direkt mit losspielen und da auch schon Spaß haben mit. Und dann, wenn man dann denkt, okay, das ist jetzt eine schöne Welt und uns macht das Spaß hier zu zocken und die Regeln stimmen auch für uns und so, dann entwickelt man sich halt weiter und dann kauft man sich vielleicht nochmal das große Grundregelwerk. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Mal gucken, wie viel das kostet, müsste ich jetzt nochmal schauen. Das müsste auch so um den Dreh rum sein. Ich glaube, es kostet gar nicht so viel, boah, ein Zwanni oder so? Also als Hardcover kostet es 54,95. Okay. Ja, und es gibt auch noch die Taschenbuchvariante und die Taschenbuchvariante ist ja auch nochmal günstiger. Aber man neigt natürlich ganz gerne zum Hardcover. Wenn man dann ein bisschen was über die Welt herausfinden möchte, dann gibt es natürlich ganz viele Bände. Man sollte dann vielleicht auch mal in die verschiedenen Bände nochmal reinschauen. Es gibt ein aventurisches Kompendium, was man sich anschauen kann. Es gibt einen aventurischen Almanach, der so ein bisschen beschreibt, so die, den, was ist, also jede kleine Region nicht in Detail beschreibt, sondern so ein bisschen und die wichtigsten Persönlichkeiten aus Aventurien ein bisschen zusammenfasst und so ein bisschen, dass man ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, was es alles gibt auf diesem Kontinent. Und genau, und dann gibt es halt noch unendlich viele, dann gibt es für jede Gottheit noch so ein extra Büchlein, was dir hilft, um eine Geweihte von dieser Gottheit zu spielen. Es gibt Magiebände. Das Gute ist, das stellen sie auch gerade um und da gibt es ganz viele Bücher und man weiß manchmal gar nicht, welche Regel oder welches Detail steht jetzt in welchem Buch. Aber das haben sie jetzt, glaube ich, auch rausgekriegt, dass das nicht so userfreundlich ist. Und es gibt jetzt Sammelbände, die bald erscheinen, also dann, wo dann an einem Buch alles zur Magie drin ist und in einem Buch alles zur Geweihtenschaft und an einem Buch alles für mondane Helden und in einem Buch irgendwie alles über die Jagd oder keine Ahnung was. Und ja, das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Veröffentlichungsstrategie, wobei es dann natürlich auch immer so ein gesetztes Ding ist und dann kann nichts mehr dazukommen, weil man sagt, das ist jetzt alles, was da drin ist. Dann gibt es höchstens vielleicht eine neue Auflage, wo dann irgendwie was rein interaktiert wird. Und du hast ja schon erzählt, die Startabenteuer findest du super und das Startabenteuer ist ja dein Way to go, wenn ich das rausgehört habe, aus dieser Box. Sollte ich dann auch dementsprechend die Startcharaktere da aus der Box spielen oder mir eigene kreieren, um die Regeln vielleicht kennenzulernen? Also es fällt mir immer ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, als jemand, der jetzt halt schon 30 Jahre DSA spielt. Für mich ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, irgendwie hinter die Intentionen der Regeln hinterzusteigen. Ich weiß es nicht, wie es für einen kompletten Anfänger ist. Ich schätze mal, dass es einem einfacher fallen würde, erst einmal zu starten und zu gucken, ob überhaupt dieses Szenario, was für mich ist, erst mal mit einem vorgefertigten Helden zu starten, und vielleicht sich mit der Spielgruppe so mal hinzusetzen und mal zu schauen, wie sind denn diese vorgefertigten Helden denn generiert? Oder vielleicht auch mal einen eigenen Helden nebenbei generieren oder mal versuchen nachzuvollziehen, was die da gemacht haben oder so. Und dann erschließt sich vielleicht schon auch schon vieles, weil es gibt ja auch Leute da draußen, die dieses Regeln und Charakterbauen cool finden als Aspekt am Hobby. Und wenn ihr das dann machen wollt, könnt ihr das natürlich auch mit der Starterbox da auch ganz, ganz gut machen. Ich glaube, euch daraus hat sich inzwischen sehr viel erschlossen. Jetzt nur noch die Frage, hättest du für einen absoluten Einsteiger, vielleicht auch Spielleitereinsteiger oder Spieleinsteiger, man weiß es ja nicht, wer jetzt gerade zuschaut, noch irgendwelche nützlichen Tipps, wo du meinen würdest, das müsste man als Einsteiger vielleicht wissen mit deiner super langen Erfahrung. Außer natürlich deine Let's Plays zu schauen, wo man vielleicht über die Spielwelt viel erfährt. Versucht euch nicht zu viel aufzulasten. Fangt klein an mit irgendwas, keine Ahnung, irgendeinem Bauern oder so. Es muss gar nicht der megagroße Heldwache sein, weil die Charaktere automatisch Helden sind in diesem Spielsystem. Also sie sind besonders und sie sind auch durch die Regeln speziell ausgestattet, dass sie besonders sind, auch im Vergleich zu NPCs oder zu Bestien oder sonst irgendwie was. Und ihr werdet euch durch die Abenteuer, glaube ich, selbst schon als Held fühlen, auch wenn ihr einen Imker oder einen Bauern spielt. Das ist auch so ein bisschen so auch das, was DSA so ein bisschen ausmacht. Man spielt so einen Low-Bob und bringt den halt dazu, dass er ein Held wird. Oder eine Heldin, je nachdem. Und ja, also fangt mal klein an. Schaut mal, wenn es euch Spaß macht. Und wenn euch das keine Spaß macht, so einen Low-Charakter zu spielen und den irgendwie hochzuarbeiten oder mit dem Helden Geschichten zu erzählen, das ist halt so eine Heldenreise. Auch Harry Potter fängt klein an oder Frodo fängt klein an bei Herr der Ringe. Und die entwickeln sich dann halt über die Zeit. Und so ist, glaube ich, auch DSA gedacht. Aber man kann natürlich auch mit super krass ausgestatteten Charakteren spielen. Aber das würde ich für den Anfang nicht empfehlen. Also fangt nicht mit der größten Kampagne, die jemals für DSA geschrieben wurde, mit der Bauberat-Kampagne oder der sogenannten G7-Kampagne an. Sucht euch erstmal ein kleines Ding, wo ihr sagt, wie ein Dorf, was beschrieben wird. Und erlebt Abenteuer da in dem nahestehenden Wald. Und guckt erstmal, dass ihr euch generell, ob euch das Feeling der Welt zusagt, bevor ihr dann zu groß werdet und irgendwie in die Machenschaften der verschiedenen göttlichen Kirchen eingreifen wollt oder irgendwelche Riesendämonen besiegen möchtet. Sehr gut. Jetzt habt ihr ja einen wunderschönen Einstiegsguide vielleicht ein bisschen oder Anhauchungen bekommen, wie ihr mit dir jetzt ansteigen könntet und einen guten Einblick. Koali, willst du nochmal einen kurzen Einblick geben, was man bei dir eigentlich findet, wenn man dich noch nicht kennt, was bei dir eigentlich gerade auf dem Kanal so los ist oder man dort genießen kann? Also aufgrund von so ein bisschen Family und so ist es bei mir sehr, sehr zurückgefahren inzwischen. Man sieht mich noch alle zwei Wochen sonntags auf Twitch. Da streame ich eine Kampagne von DSA, die sogenannte Sternenträger-Kampagne. Die haben wir gerade angefangen und so irgendwie in der achten, neunten Folge oder so. Je nachdem, wann das hier erscheint. Und da geht es ein bisschen um die Elfen von Aventurien. Und ja, ansonsten kann man auf dem Kanal, auf YouTube bei mir ganz viel DSA auch finden. Auch andere Spielsysteme, Vampire the Masquerade zum Beispiel, Call of Cthulhu oder anderes noch. Ja, und das Spezielle bei mir ist, ich spiele nicht mehr mit den Regeln von DSA. Ich spiele inzwischen mit so einem selbst erdachten Spielsystem von rollenhörspiel.de, was das Ganze so ein bisschen hörspielartiger machen lässt und für die Zuschauer auf Twitch ein bisschen einfacher macht. Man sieht zum Beispiel die Würfel nicht mehr und so. Es ist alles in time und wir sind so gut wie keine Gespräche mehr, die einen aus dem Plot rausholen. Wir sind alle komplett in der Handlung drin und das System unterstützt das. Und deswegen nutzen wir das. Aber es gibt auch in DSA halt auch einen Regelband, den ich sehr gefeiert habe, der alternative Regeln vorstellt. Die Aventurische Meisterschaft heißt das Buch. Also wenn ihr mit den Regeln nicht klarkommt von DSA, könnt ihr dieses Buch mal kaufen. Dann gibt es auch so, dass man ähnliche Sachen wie D&D oder ähnliche Sachen wie Cthulhu oder so als Regelsystem grundlegend benutzen kann. Und wurde sich das alles so ein bisschen vorstellen, wie man das Ganze ein bisschen umwurstelt, damit es einem dann irgendwie auf seine eigenen persönlichen Vorlieben passt. Und ja, also meine Vorliebe für Aventurien wird, glaube ich, niemals weichen. Ich liebe diesen Kontinent und ich liebe Dere. Und ja, die Regeln standen mir manchmal auch im Weg. Und jetzt habe ich sie einfach so umgemodelt, dass es zu meinem Art des Spielens passt. Und das geht auch. Man kann es auch machen. Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr noch irgendwelche super krassen Fragen habt oder auch nur einfache Fragen, dann lasst uns doch ganz gerne in den Kommentaren wissen. Sonst sehen wir uns bald wieder bei HitEyes oder bei Koali auf dem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.